Dies ist das erste Video, eine Reihe von Videos über Hinweise für wissenschaftliches Arbeiten im Zusammenhang mit Seminaren, ProSeminaren und Abschlussarbeiten. Dieses Video kümmert sich um den Themenbereich Recherche. An dieser Stelle muss ich zwei Einschränkungen machen. Die erste Einschränkung ist, dass ich euch hier nicht erzähle, wie man bestimmte wissenschaftliche Methoden richtig durchführt. Das mache ich deswegen nicht, weil die in verschiedenen Bereichen der Informatik und anderer Wissenschaften natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ihr könnt euch das vorstellen. Im Bereich der theoretischen Informatik wäre eine wissenschaftliche Methodik einen mathematischen Beweis oder einen formalen Beweis zu führen. In anderen Bereichen muss man etwas Technisches bauen und dann dieses technisch Gebaute auf bestimmte Eigenschaften überprüfen. Und in wiederum anderen Bereichen mag es sein, dass man eine empirische Studie machen muss oder eine Umfrage machen muss und weiß, wie man die auswertet. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und ich kenne mich auch gar nicht in allen Bereichen aus. Darum soll es auch hier an dieser Stelle tatsächlich nicht gehen. Das heißt, wenn ihr das wissen wollt und wissen müsst, das müsst ihr natürlich wissen, wenn ihr eine Arbeit macht in dem entsprechenden Bereich, dann müsst ihr mit dem entsprechenden Betreuer aus dem Bereich sprechen. Die werden euch das erzählen. Oder ihr habt es auch in den entsprechenden Vorlesungen an der Universität gelernt, was dafür notwendig ist und wie man das eigentlich macht. Worum es hier gehen soll, ist das wissenschaftliche Arbeiten drumherum. Das heißt, wie recherchiere ich richtig? Wie schreibe ich eigentlich so eine wissenschaftliche Arbeit vernünftig auf? Wie präsentiere ich die eigentlich richtig? Und da komme ich gleich zur zweiten Einschränkung. Denn es geht dabei natürlich auch oft um Stilfragen. Und Stilfragen kann ich natürlich in gewisser Weise nur persönlich beantworten. Das heißt, ich erzähle euch meine Sicht der Dinge hier. Meine Sicht der Dinge hier passt natürlich perfekt auf Seminare, Pro-Seminare und Abschlussarbeiten, die von mir betreut werden. Wenn sie bei mir betreut werden, also wenn ich damit was zu tun habe. Es wird jetzt nicht so sein, dass alles, was ich euch erzähle, bei jedem anderen Wissenschaftler völlig anders ist. Es ist jetzt nicht alles völlig aus der Luft gegriffen. Viele Sachen sind, sagen wir mal, allgemein bekannt. Oder auch, sagen wir mal, zumindest im Bereich der Informatik oder dem Bereich der Informatik, in dem ich mich befinde, typisch. Das heißt, das wird schon so sein. Man wird vieles übertragen können. Viele sind auch wirklich Tipps, die ich eigentlich geben möchte für bestimmte Herangehensweisen, die man sicherlich übertragen kann, weil man die gar nicht als richtig oder falsch darstellen kann, sondern einfach nur als zusätzlichen Hinweis. Aber manche Sachen können natürlich bei anderen Leuten auch anders sein. Und das wird so sein, je weiter man wegkommt von diesem Bereich. Das heißt, für mich passt es natürlich perfekt. In anderen Bereichen der Informatik werden manche Sachen schon ein bisschen anders sein. Und wenn ihr jetzt gar in andere Fächer geht und wollt in einem anderen Fach eine Seminararbeit schreiben, da können die Geflogenheiten oft durchaus anders sein. Das seht ihr, wenn ihr euch zum Beispiel mal Fachbücher anguckt und guckt euch mal ein Fachbuch der Informatik an und ein Fachbuch zum Beispiel aus der Soziologie. Dann seht ihr das schon daran, wie viele Fußnoten es gibt. Bei Fußnoten unterscheiden sich verschiedene Wissenschaften sehr, sehr stark. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, das ist nämlich Quatsch. Aber es sind Geflogenheiten, das sind bestimmte übliche Marotten, wenn man so möchte, die sich in einer Wissenschaft etabliert haben und in der anderen Wissenschaft nicht. Und das muss man natürlich dann in Betracht ziehen. Das heißt, ihr kriegt hier quasi meine Sicht der Dinge, die sich aber übertragen lassen sollte, zumindest auf viele Bereiche in der Umgebung. Aber konkret fragt an vielen Stellen nochmal nach, zum Beispiel, ob es bestimmte etablierte Regeln zur Zitierweise gibt, ob es vielleicht Formatvorlagen gibt und sowas. Da sollte man immer mal nachfragen. Ich werde das zwischendurch auch so dann und wann mal erwähnen. So, warum ist jetzt diese Recherche eigentlich wichtig? Was hat das mit der Recherche auf sich? Vielleicht erscheint es euch offensichtlich, aber wenn ich mir, sagen wir mal, Pro-Seminar-Seminar-Arbeiten angucke, dann merke ich oft, na, da gibt es schon noch Dinge, über die man unbedingt mal sprechen müsste. Und Recherche hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Arbeit. Seht ihr schon, wenn ihr mal hier drauf guckt, auf diese natürlich vereinfachte Charakterisierung, was so eine wissenschaftliche Arbeit eigentlich tun muss. Und in einer wissenschaftlichen Arbeit müsst ihr immer eure Quellenlage darlegen. Das heißt, ihr müsst immer sagen, woher habt ihr das? Ihr könnt ja nicht einfach irgendwas aufschreiben. Einfach irgendwie, ach, so ist das halt. Und dann schreibt ihr dann dahin. Das könnt ihr vielleicht machen in einem Forum im Internet, obwohl auch da das vielleicht nicht die beste Idee ist. Aber gut, so ist es halt oft. Aber in der wissenschaftlichen Arbeit geht das auf gar keinen Fall. In der wissenschaftlichen Arbeit müsst ihr erst mal klar machen, dass ihr wisst, worüber ihr überhaupt sprecht. Das heißt, ihr müsst klar machen, was der State of the Art in diesem Bereich ist. Wie ist die Quellenlage? Was ist der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis in einem bestimmten Bereich? Dafür müsst ihr recherchieren. Denn das könnt ihr ja nicht alles selber auch herausarbeiten. Ihr wollt ja nicht die komplette Wissenschaft von unten aufbauen. Das geht ja so nicht. Es ist ja schon ganz viel da. Und das müsst ihr belegen mit Literatur. Literatur kann man ein bisschen breiter fassen. Das sehen wir mal gleich. Ich rede jetzt mal allgemein, nehme ich mal den Begriff Literatur. Oder ihr braucht Quellen. Ihr braucht Quellen, auf die ihr das Ganze bezieht. Und ihr müsst dabei sagen, warum die Quellen, die ihr nutzt, den Stand der Kunst eigentlich auch darstellen. Also warum sind die Quellen, die ihr verwendet, relevant für das, was ihr dann da sagt. Und das heißt auch, dass ihr nicht die Quellen so auswählt, dass entsprechende Gegenpositionen einfach unter den Tisch gefallen lassen werden. Sondern Stand der Kunst bedeutet schon, ihr habt hinreichend das ganze Bild dargestellt. Und das muss man begründen können. Das heißt, die Quellenlage muss immer wohl begründet sein. Es gibt sogar, sagen wir mal, wissenschaftliche Formen oder Formen wissenschaftlicher Arbeit, die sich nur um diesen Teil beschäftigen. Das nennt man dann ein Literature Review. Und in einem Literature Review, das macht man oft dann, wenn man gar nicht so richtig fassen kann, was es eigentlich da draußen alles gibt. So, sagen wir mal, welche Vorstellungen über Informatikunterricht gibt es eigentlich? Schwierig, ne? Also da können ja ganz viele Leute an ganz vielen Stellen ganz viele Vorstellungen gehabt haben. Dann mache ich ein Literature Review. Das heißt, ich versuche mal, alle diese Quellen zusammenzukriegen und habe dann gewisse Methoden, um das wieder einzudampfen, dass ich am Ende ein Dokument habe, was genau einen guten Überblick bietet. In vielen der Aufgabenstellungen, in Pro-Seminaren und Seminaren, wird das nicht so der Fall sein, sondern da ist das Thema wahrscheinlich stärker klar. Aber auch da müsst ihr dann klar machen, wieso habt ihr diese Art von Quellen verwendet. Häufig sind es Standardwerke. Oder es sind, sagen wir mal, Werke von denjenigen, die etwas erfunden haben. Oder es sind Sprachdefinitionen, wenn man bei Programmiersprachen zum Beispiel ist. Also das kann man begründen, das muss man auch begründen können. Über diese Quellenlage geht man dann natürlich heraus. Das heißt, man erweitert einen Ansatz, den man in der Literatur gefunden hat zum Beispiel. Man stellt den in Frage, man überträgt den auf einen anderen Bereich oder man verbindet zwei Felder. Wenn man das macht, dann ergeben sich daraus Forschungsfragen und Hypothesen. Was sind Forschungsfragen und Hypothesen? Forschungsfrage ist tatsächlich eine Frage. Das heißt, ich stelle eine gewisse Frage, die ich lösen möchte durch meine wissenschaftliche Arbeit, die ich jetzt als nächstes mache. Die wird auch in der Regel als Frage an einer Stelle in der Arbeit besonders herausgestellt. Manchmal hat man auch mehrere Forschungsfragen. Aber wenn wir mal über eine Forschungsfrage, die stelle ich ganz besonders heraus. Und dann muss ich hinterher, kann ich mich immer wieder darauf beziehen und kann dann gucken, dass ich eine Methode finde, wie ich diese Frage eigentlich beantworten kann. Hypothese ist relativ eng damit verwandt. Und man kann oft das eine auch in das andere überführen. Eine Hypothese ist eine Annahme, die ich habe. Kann man jetzt Annahmen über alles Mögliche haben. Hypothesen sind gut begründete Annahmen. Das heißt, durch Literatur und durch eine Argumentation basierend auf der Literatur gut begründete Annahme. Das nennt man eine Hypothese. Im Pro-Seminar und Seminar kann es sein, dass man das so nicht hat. Denn das liegt manchmal daran, wie die Themen vergeben werden. Denn wenn ihr ein Thema habt und in dem Thema wird gesagt, guckt euch dieses Thema mal an und ich gebe vielleicht sogar vor, auf welche Art und Weise ihr dieses Thema angeben sollt, dann geht es dann darum, dass ihr gut recherchieren könnt, dass ihr die passende Literatur findet, dass ihr das in einen Zusammenhang stellen könnt und dann vielleicht nochmal eine Schlussfolgerung daraus ziehen könnt, das vernünftig aufschreiben und das präsentieren könnt. Das ist schon eine ganze Menge. Aber da fehlt dann dieser Bereich so ein bisschen. Anderen Bereichen mag es sein, dass man genau das machen muss. Dazu gehört nämlich zum Beispiel auch, dass man sein Thema kleiner macht, dass man sein Thema einschränkt. Denn ein ganz großes Thema, so der in Wikipedia-Stil, ich schreibe alles darüber auf, was ich irgendwie weiß, darüber kann ich in der Regel keine gute Forschungsfrage oder Hypothese machen. Das ist ja zu breit. Ich kann ja nicht über die Welt forschen, sondern ich muss über einen bestimmten, schmaleren Bereich forschen. Wie wichtig der Bereich ist, seht ihr oder entnehmt ihr dann der Themenstellung in eurem entsprechenden Seminar und Pro-Seminar. Was ihr auch machen müsst, ist, dass ihr eure wissenschaftliche Denkweise verdeutlicht. Das heißt, ihr müsst klar machen, dass ihr wie ein Wissenschaftler denken könnt. Und das bedeutet in erster Linie, dass ihr nicht einfach daher redet. Das kann man vielleicht so ganz platt mal so sagen. Also einfach jemanden, der einfach nur so sagt, das kommt gerade so von hier oben und das erzähle ich jetzt so direkt. Das machen Wissenschaftler natürlich auch. Die machen ja auch so Brainstorming-Sessions und sowas. Aber das machen die nicht nur, sondern die fangen dann irgendwann an, das Ganze zu belegen. Das können empirische Evidenzen sein. Empirische Evidenzen heißt, ich messe etwas. Das können auch Umfragen sein. Auch das ist ja eine gewisse Art von Messung. Ich argumentiere auf Grundlage der Evidenzen zum Beispiel oder ich habe Referenzen auf etwas, was ich von woanders schon entnehme. Ich mache ja nicht immer jede Untersuchung nochmal neu oder jede Erkenntnis wird ja nicht von mir nochmal gemacht, sondern vieles von dem, da baue ich ja auf etwas auf, was es schon gibt. Und dafür brauche ich genau wieder die Recherche. Wichtig ist übrigens dabei, das hat jetzt mit Recherche gar nicht so viel zu tun, aber an dieser Stelle kann ich es gut unterbringen. Wenn ihr eure wissenschaftliche Denkweise verdeutlichen wollt und müsst, dann dürft ihr nie Aussagen machen, die nicht falsifizierbar sind. Falsifizierbar heißt, die müssen auch falsch sein können. Selbst wenn ihr davon überzeugt seid, dass eine Behauptung, die ihr da aufstellt, wahr ist, muss es zumindest möglich sein, es muss einen Weg dahin geben, festzustellen, dass sie auch falsch sein könnte. Wenn das nicht geht, wenn ihr eine Aussage macht über die Welt, die nicht falsifizierbar ist, von der es also nicht möglich ist, irgendwie festzustellen, ob sie auch falsch sein könnte, dann kann das keine wissenschaftliche Aussage sein. Wichtig für wissenschaftliche Denkweise ist auch, dass man sich selber kritisiert. Denn nichts, was man tut, ist perfekt. Man muss oft irgendwelche Einschränkungen treffen. Man sagt, ich betrachte nur einen bestimmten Bereich. Ich habe eine Umfrage gemacht, aber alle Leute waren Männer. Wäre schlecht, aber ich habe eine Umfrage gemacht, aber natürlich, die war vielleicht nicht repräsentativ. Oder ich konnte die Repräsentativität nicht nachweisen. Oder vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Oder so, all solche Dinge, all solche Einschränkungen über die eigene Arbeit, die macht man auch möglichst am Ende seiner eigenen Arbeit. Also typischerweise schreibt man das am Ende seiner eigenen Arbeit, auch in der Präsentation und macht damit klar, boah, da ist nicht jemand, der behauptet einfach die Dinge und tut so, als hätte er die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen, sondern der merkt auch, da muss noch was getan werden, was ja eigentlich immer der Fall ist. Wissenschaft hört ja nicht auf. So, das war jetzt eine relativ lange Vorrede, die euch aber einfach den Sinn erklären soll, die Notwendigkeit klar machen soll, dass ich gute Recherche brauche. Denn hier kommt überall Recherche drin vor, in all diesen Bereichen. Kommen wir also zur Literaturrecherche und zu der immer aufkommenden Frage und natürlich auch sehr zentralen Frage, was sind eigentlich gute Quellen für wissenschaftliche Arbeit? Zunächst einmal, und das ist, glaube ich, auch ziemlich unumstritten, die Literatur, die Quellen, die bereits im wissenschaftlichen Umfeld zirkulieren und wo Expertinnen und Expertinnen schon drauf geguckt haben und das für gut befunden haben. Peer Review nennt man das. Das heißt, wenn ich auf einer Tagung etwas einreiche, dann gucken da Leute drauf und gucken sich das an. In der Regel wird der Name entfernt. Das ist also Blind Review, nennt man das dann. Und Doppel Blind, weil ich auch in der Regel die Reviewer nicht kenne. Also merkt man, dass man versucht, da möglichst viel Neutralität herzustellen. Und die gucken sich das an und sagen, ob das gut genug ist oder nicht gut genug ist und geben auch Hinweise zur Überarbeitung. Das heißt, was auf einer Tagung erschienen ist, das ist nicht einfach nur irgend so ein Gedanke, sondern da haben schon ein paar Leute sich mal mit beschäftigt. Das ist auf jeden Fall wissenschaftliche Literatur. Das Gleiche gilt auch für Journals, also wissenschaftliche Journale oder Magazine, auch oft genannt. und da gilt das genauso, sogar eigentlich stärker, weil da ist dieser Prozess viel umfangreicher. Fachbücher sind auch etwas, was man auf jeden Fall zitieren kann, denn Fachbücher werden durch wissenschaftliche Fachverlage gereviewt. Und nicht jeder Wissenschaftler schreibt auch ein Fachbuch, sondern da muss man auch schon in einer gewissen Sphäre eigentlich erstmal schon mal sein. Auch universitäre Lehrbücher können herangezogen werden, denn die beschreiben in der Regel gesetztes Wissen. Das heißt, etwas, was schon relativ bekannt ist, das wird in Lehrbüchern ja zusammengefasst, dass man es gut lernen kann und ist damit dann oft sehr kurz und bündig beschrieben. Das heißt, Lehrbücher sind häufig eine angenehme Quelle. Vor allen Dingen aber sind hier jetzt universitäre Lehrbücher mit gemeint, also Lehrbücher für Studenten. Nicht damit gemeint sind unbedingt Schulbücher. Die kriegen wir vielleicht an anderer Stelle. Eine Voraussetzung ist auch, dass Literatur, die ich referenziere, Quellen, die ich referenziere, öffentlich verfügbar sein muss. Da gibt es eine Ausnahme oder es gibt ein paar mehr, aber eine vielleicht wichtige Ausnahme ist mündliche Kommunikation. Das heißt, ihr könntet ja auch mit jemandem aus dem wissenschaftlichen Feld gesprochen haben und er gibt euch vielleicht noch eine zusätzliche Information dazu. Die könnt ihr durchaus auch verwenden. Das heißt, ihr müsst da nicht sagen, das hat der oder diejenige nie öffentlich gemacht, sondern ihr könnt das schon dann mit anbringen. Meistens macht man das in einer Fußnote, dass man eine Fußnote reinschreibt, dass das ganze mündliche Kommunikation gewesen ist mit dem entsprechenden Wissenschaftler oder was immer auch derjenige ist, der da herangezogen wird. Das ist jetzt so der Bereich der wissenschaftlichen Quellen. Wir haben aber auch einen anderen Bereich und der ist gerade in Seminaren bei mir öfter mal wichtig, vielleicht wichtiger als in anderen Bereichen kann ich mir vorstellen. Den Bereich der Primärquellen. Primärquellen, was können das sein? Primärquellen kennt man, also ich nenne das Primärquellen immer, in anderen Wissenschaften natürlich viel stärker. Also wenn ihr zum Beispiel Geschichtsforscher seid und ihr buddelt eine Vase aus, das ist natürlich auch eine Quelle, eine gewisse Evidenz, die ihr verwenden könnt. Man würde das wahrscheinlich nicht Quelle nennen in dem Bereich, aber es ist etwas, was ihr heranziehen könnt und woraus ihr dann sagen könnt, daraus schließe ich etwas. Und wir haben in vielen Bereichen, im Bereich der Informatik, viele Schriftstücke, viele Medienelemente, die nicht im wissenschaftlichen Bereich entstammen, die man aber trotzdem hier verwenden kann, zumindest in manchen Fragestellungen. Und das hängt stark vom Thema ab. Beispiele, hier hingeschrieben, Anleitungen, was so in Fachzeitschriften steht, also jetzt nicht Computerbild, sondern in der Fachzeitschrift, die ein gewisses höheres Niveau hat, da kann man sich schon mal darauf beziehen, Produktpräsentationen kann man sich auch darauf beziehen oder populäre Dokumentationen, da käme die Computerbild vielleicht sogar doch wieder ins Spiel, also wie werden bestimmte Dinge eigentlich erklärt für allgemeine Leute, also nicht für Fachwissenschaftler oder Fachleute, sondern für die Allgemeinheit. Vorsicht bei diesen Quellen, die muss man natürlich anders behandeln als wissenschaftliche Quellen. Ihr solltet auch wissenschaftliche Quellen nicht so behandeln, als würden sie die Wahrheit darstellen. Die Wahrheit, da kommen wir später zu, die Wahrheit gibt es so gar nicht. Das gibt es, geht nicht. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, ob ein Wissenschaftler über einen bestimmten Sachverhalt nachgedacht hat, das mit abgewogen hat, mit Literatur begründet, dann hat es einen Peer-Review-Prozess gegeben, oder ob in einer Fachzeitschrift das geschrieben hat, wobei Fachzeitschriften oft auch ziemlich gut sind, aber ein anderes Niveau ist das doch und vor allen Dingen eine Produktpräsentation. Also, nehmen wir mal Beispiel Produktpräsentation von Apple und Apple hat das iPhone neu eingeführt, 2007 ist es gewesen und da haben sie gesagt, dass das iPhone bestimmte Eigenschaften hat, nämlich diese und diese und diese Funktionalität. Das kann man verzitieren, ist ja gar kein Problem, also warum nicht, denn es ist ja einfach eine faktische Aussage, dass es bestimmte Eigenschaften hat. An anderer Stelle aber, wenn sie zum Beispiel sagen, das revolutioniert alles oder das ist das beste Smartphone, was es je gegeben hat, irgendwelche solche Aussagen, könnt ihr euch vorstellen, gibt es in Produktpräsentationen ziemlich oft. Die darf man natürlich nicht einfach so inneben und sagen, das war das beste Smartphone der Welt, sondern dann kann man allerhöchstens sowas so sagen, wie Apple behauptete oder nach Darstellung von Apple war dies eine Revolution oder sowas. Das kann schon mal sein, dass man das brauchen kann, gerade wenn man irgendwie auch gucken will, wie haben Leute auf etwas reagiert oder so. Aber das darf man natürlich auf keinen Fall so darstellen, als wäre das eine Faktenwiedergabe. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn ihr solche Quellen verwendet, seid auf jeden Fall skeptisch dabei und baut auch sprachlich, sowohl mündlichsprachlich als auch schriftlichsprachlich, eine gewisse Distanz zu diesen Quellen auf. So, jetzt gibt es bestimmte Bereiche, da kann man sich immer fragen, naja, was ist mit denen eigentlich? Und die wollen wir mal kurz durchgehen. Was ist denn mit sowas wie Wikipedia? Darf man Wikipedia verwenden in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung? Viele werden ganz klar sagen, nein, und mit dem Nein, an dem Nein ist auch viel dran, denn in Wikipedia kann ja jeder alles reinschreiben und ich kenne auch in Wikipedia viele Bereiche, viele Artikel, oder einige, viele ist übertrieben, einige, da steht falsches Zeugs drin, da steht absoluter Blödsinn drin. Das kann man dann auch ändern, aber dann ändern das manchmal auch die Leute wieder zurück. Schwierig. Natürlich weiß ich auch, Wikipedia ist oft sehr, sehr gut und wer behauptet, er würde nie Dinge auf Wikipedia aufbauen im wissenschaftlichen Bereich, da bin ich mir ganz sicher, der lügt. Also Wikipedia ist für uns alle eine gute Referenz, in der wir viele Dinge nachgucken. Aber als Referenz für eine wissenschaftliche Arbeit ist Wikipedia schwierig. Man kann Wikipedia manchmal benutzen, wenn man eine populäre Definition von etwas braucht, ganz explizit. Also ich möchte, das ist auf die Anfang einer Arbeit. Wikipedia definiert es so, ich gucke mal jetzt genauer nach, was hat es denn damit auf sich. Dann kann man Wikipedia ausnahmsweise quasi verwenden. Wofür Wikipedia aber gut ist, und das ist vielleicht schon mal ein erster wichtiger Tipp, in Wikipedia selber sind ja auch Quellen angegeben. Die stehen im unteren Bereich, also sind natürlich oben referenziert und unten stehen die dann. Diese Referenzen sind oft sehr gute Startreferenzen. Wenn ihr also an einem bestimmten Thema euch umgucken wollt, da mal zu gucken, welche Quellen hatte denn Wikipedia, die verweisen dann oft auf wissenschaftliche Quellen, da anzufangen zu recherchieren ist oft eine gute Idee, sollte man auf keinen Fall einfach so liegen lassen. Wie ist es mit Websites? Also ich habe irgendwelche Websites. Ja, jetzt natürlich, von wem sind die? Wer macht das? Was hat derjenige oder diejenige zu sagen? Schwierig, ne? Das Medium ist eigentlich nicht wichtig. Also ich sage ja auch nicht, das ist eine gute Quelle, denn das Buch stand in der Bibliothek. Das ist ja auch Quatsch. Genauso sage ich nicht, ist es gut oder schlecht, weil es eine Website ist. Das heißt, man muss gucken, was ist denn eigentlich die Quelle, die da, also wer ist das denn und was wird denn da wiedergegeben? Das heißt, wenn ich im Web, auf Websites wissenschaftliche Paper finde, die in Journals veröffentlicht wurden, die auf Tagungen veröffentlicht wurden, dann verwende ich die einfach so, als hätte ich das gedruckte Stück Papier gehabt. Faktisch ist es heute so, ich mache das eigentlich immer nur noch auf diese Art und Weise. Das heißt, alle Journalartikel, alle Paper, selbst wenn es die manchmal noch in gedruckter Form gibt und wenn man dann hinterher Angaben hat mit Seitenzahlen und sowas, in der Regel kriegt man sie heute auf digitale Art und Weise und man verweist dann auf sie, als hätte man ein gedrucktes Buch gehabt. Dann gibt es Websites von Projekten, zum Beispiel, nehmen wir mal die Programmiersprache PHP und ich mache etwas über die Programmiersprache PHP und dann gibt es natürlich die PHP-Referenz, die ist auf einer Webseite von der PHP-Organisation und natürlich kann ich auf die auch verweisen, das ist gar kein Problem. Wie man solche Verweise gut macht, da rede ich später nochmal drüber. Was man vermeiden sollte, sind Blogs, Foren oder private Websites von irgendwelchen Leuten, denn, ja, das kann einfach alles sein, das kann gute Qualität sein, manchmal, das ist natürlich oft so, also will den Leuten jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist, nur weil man jemand auf einer Website schreibt, ist ja Quatsch, aber ich kann es einfach überhaupt gar nicht nachvollziehen und in Blogs und Wikis und so, da wird auch viel Unsinn geredet. Eine Ausnahme könnte da vielleicht noch sein, wenn der Entwickler von etwas selber einen Blog führt und darin dann Dinge erklärt über sein eigenes Projekt und das ist nun mal euer Thema. Das kann man wiederum verwenden, da kann man drüber nachdenken. Für YouTube gilt eigentlich genau das Gleiche, jetzt ist der erste Satz auch genau der Gleiche, also ob es bei YouTube war oder wo es immer war, das ist ja nicht relevant, sondern relevant ist die Qualität dessen, was dann da kommt. In YouTube gibt es viele wissenschaftliche Präsentationen, es sind oft Videos von Tagungen oder dass Wissenschaftler ihre Inhalte nochmal anschaulich präsentieren, das kann man verwenden, muss man gucken, auf welcher Ebene, aber man kann das auf jeden Fall verwenden. Offizielle Präsentationen, Produktpräsentationen kann man verwenden, mitunter sogar Werbung mit der entsprechenden Einschränkung, die ich vorher gemacht habe, also Werbeaussagen sind natürlich keine Wahrheitsaussagen, aber zu sagen, Samsung stellt sein neues Smartphone als den Ersatz für Spiegelreflexkameras dar, völlig ausgedacht, das kann man natürlich machen, also das ist natürlich möglich. Was zu vermeiden ist, sind persönliche Meinungsvideos, also nicht nur Reactionvideos, die sind auch zu vermeiden, aber auch so jemand, wo einfach so, ich sehe das so und ich sehe das halt so und so und so. Das ist keine wissenschaftliche Quelle, sowieso nicht, aber auch keine Quelle, die wir hier akzeptieren könnten, also auch nicht mit den ganzen Öffnungen, die ich jetzt ja hier schon gemacht habe. Wie komme ich an die Quellen dran? Naja, letztendlich häufig so, wie man heute oft an Dinge drankommt, man verwendet eine Suchmaschine, allen voran ist es wahrscheinlich die Suchmaschine Google, die verwendet wird, da gibt man das mal ein. Das, wenn ihr nur das macht, dann verschenkt ihr aber viel Potenzial und werdet vieles auch nicht finden. Was viele gar nicht wissen, komischerweise, selbst die lange an der Uni sind, ist es oft an Leuten vorbeigegangen, ist, dass Google auch eine spezielle Suchmaschine hat für wissenschaftliche Publikationen. Sie nennt sich Google Scholar. Da steht die Adresse scholar.google.com und auf die kann man gehen und dann findet man wissenschaftliche Publikationen zu einem bestimmten Thema. Und das ist eine ganz super Angelegenheit, um wissenschaftliche Publikationen zu finden. Tipp dabei ist, macht das aus dem Uninetz heraus oder macht eine Verbindung zum Uninetz, also einen VPN-Tunnel zur Universität, denn dann findet ihr auch viele PDFs dieser entsprechenden Quellen, die ihr sonst öffentlich nicht findet. Die Bibliothek hat ganz viele Verträge abgeschlossen mit Publishern, da muss die Universität für bezahlen, also das Land bezahlt dafür, dass wir Zugriff haben auf diese ganzen Literaturquellen aus Journals, von Tagungen, von Fachgesellschaften. Ihr seht das hier auf der rechten Seite, da seht ihr immer, da steht immer Volltext at UB Paderborn, also Unibibliothek Paderborn und damit kommt ihr dann auf diese Originalquelle, die ihr von außen gar nicht kriegen würdet. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, diese zusätzliche Verbindung herzustellen. So, jetzt ist es dann noch wieder interessant, wie komme ich noch an weitere Quellen? Wikipedia habe ich gerade schon gesagt, Wikipedia gucken, unten, was steht unten? Der untere Teil bei Wikipedia, da stehen die Quellen und das kann man gut verwenden als einen Einstieg. So, jetzt habe ich ein paar Sachen, ein paar Quellen, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich denn weiter? Eine gute Idee ist, natürlich kann man weiter suchen, aber man kann auch gucken, wer wurde denn da zitiert? Also, ich habe eine gute Quelle gefunden und dann gucke ich da mal in die Quellen-Section, wen haben die denn so alles verwendet? Häufig ist das hilfreich, dass man mal nach hinten guckt, dass man also in die Vergangenheit guckt, worauf haben die sich bezogen? Und es ist sowieso ein guter Tipp, Literatur, auf die sich bezogen wurde, auch mal zu lesen. Da habe ich schon absurdeste Dinge festgestellt, das erzähle ich euch an anderer Stelle. Mit so einer Suchmaschine wie Google Scholar kriegt man es hin, auch in die andere Richtung zu suchen. Das ist ganz faszinierend. Das heißt, natürlich, an einem Paper kann ich ja gucken, was wurde hier zitiert. Aber oft ist es ja interessant, wer hat das zitiert? Also, da gibt es irgendwie ein zentrales Dokument, was irgendwie sehr viele Leser gefunden hat und sehr viele andere Wissenschaftler haben sich darauf berufen, weil sie daran weitergearbeitet haben. Und das danach zu gucken, das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Und das kann man machen in Google Scholar, indem man da unten guckt, da steht, seht ihr da, Cited by 1335. Das heißt, dieses Dokument, was ich hier gesucht habe, ist 1335 Mal an anderer Stelle zitiert worden. Die Zahl selber und wie Google darauf kommt, das sei mal völlig dahingestellt. Aber wenn man da draufklickt, kriegt man eine schöne Auflistung, wo das alles verwendet wurde. Ich habe gerade schon angedeutet, versucht immer, die Originalquelle von etwas zu finden. Manchmal findet man ja einen Text und in dem Text wird behauptet, dass in einer Quelle etwas steht. Dann wird vielleicht sogar ein kleines Zitat angegeben und eine Literaturreferenz. Es besteht die Gefahr, die ich nachvollziehen kann und ich will auch nicht sagen, dass ich das noch nie gemacht habe, aber dass man das gar nicht liest, sondern dass man dann sagt, aha, die Literaturreferenz, die übernehme ich einfach auch, dann habe ich die auch noch mitzitiert, habe ich nachgewiesen, dass ich eine solide Basis habe, was dann eigentlich ja gelogen ist, weil ich habe die Basis ja gar nicht. Und das kann böse ausgehen, da können böse Fehler bei passieren, wenn das nicht der Fall ist. Ich gebe euch mal hier ein Beispiel, was ich selber vor ein paar Jahren in einem Paper untergebracht habe. Und da habe ich ein Zitat gefunden, was in vielen Papern stand, zum Computereinsatz in Schulen. Und da wird immer dieses Zitat hier gegeben, Thinking about the computer's role in education does not mean thinking about computers, it means thinking about education. Und das wird dann immer datiert mit Alice 1983. Findet man in Papern, findet man auch in manchen Präsentationen oder auch in Büchern, interessanterweise, die so für Lehrer gedacht sind, also Praxisbücher. So, dann habe ich gedacht, ja, klingt ja passend, also die Leute wollen damit darauf hinaus, dass der Computer nicht so wichtig ist. Das ist eigentlich immer die Intention dahinter. Man soll gefälligst nicht so viel über Technik nachdenken, sondern man soll gefälligst über Bildung nachdenken. Das ist die Idee, die damit verfolgt wird. In dem Kontext wird das auch in der Regel genannt. Dann habe ich gesucht und habe das Buch gefunden, bei Google Books interessanterweise, ich habe mir das mittlerweile aber auch mal besorgt, und bei Google Books habe ich es gefunden, und habe festgestellt, tatsächlich, es gibt dieses Buch, The Use and Misuse of Computers in Education von Alice, aber das ist gar nicht von 1983, das ist von 1974. Das ist ja schon mal komisch. Es wird also immer neun Jahre fehl datiert. Vielleicht mit Absicht, oder irgendjemand hat das vielleicht mal mit Absicht gemacht, denn man kann sich vorstellen, dass, sagen wir mal, Überlegungen über den Computereinsatz in der Schule aus den 70er Jahren, also vor der Einführung der Personal Computer, vielleicht nicht auf etwas ganz anderes bezogen haben könnten. Bei 83 mag das vielleicht schon wieder plausibler sein. Interessant ist aber vor allen Dingen, wenn man dann mal guckt, wo kommt das Zitat eigentlich her, und ich habe es hier gefunden, Da steht es also. Aber wenn ich jetzt mal genauer gucke, wovon ist hier eigentlich die Rede, dann steht hier was davon, dass da Thought Processes Automated werden sollen. Es geht hier darum, wie man den Lehrer ersetzen kann und dass man den Prozess, den pädagogischen Prozess genau analysieren muss, um den Lehrer ersetzen zu können. Es geht also um das absolute Gegenteil von dem, wofür es dann verwendet wurde. Und das ist natürlich blöd. Das sollte man vermeiden. Das heißt, versuch die Originalquellen mal zu bekommen und guck da rein, was da eigentlich steht. Das ist nicht das einzige Beispiel, wo das so passiert. Wenn das nicht gehen sollte, dann ist es guter Stil zu sagen, zitiert nach. Das heißt, man zitiert Alice, gibt die auch an und schreibt aber in eine Fußnote dazu oder auch in den Text hinein, je nachdem welchen Stil man da verfolgt, dass man das nicht selber gelesen hat, sondern so zitiert, wie es woanders verwendet wurde. Dann ist der Leser darüber informiert und kann vielleicht selber sich auf die Suche begeben oder glaubt es halt, aber zumindest ist der Leser und die Leserin, sie sind im Bilde. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn ihr Quellen gefunden habt, dann gilt es, diese Quellen verantwortlich zu verwalten. Verantwortlich, was meine ich mit verantwortlich? Wenn ihr Quellen verwendet, dann müsst ihr auf diese Quellen später referenzieren. Das heißt, wenn ihr etwas aus einer Quelle entnehmt, dann schreibt euch das auf, dass ihr das aus dieser Quelle entnommen habt und macht das sofort, nicht irgendwann später. Es irgendwann später zu machen, also erstmal hinzuschreiben und irgendwann später schreibt man nochmal dran, woher man das hat, ist ein Pfad zum Unglück. Das kann nur schief gehen, denn irgendwann vergesst ihr das und dann habt ihr irgendwo die Information entnommen, im Zweifelsfall habt ihr sogar schlimmstenfalls wörtlich dahin kopiert und merkt das nicht mehr. Und das ist eine große Ursache von unabsichtlichen Plagiaten und das kommt manchmal vor und Plagiate sind etwas, das müssen wir unbedingt vermeiden. Das heißt, schreibt euch das immer auf und zwar nicht nur dann, wenn ihr etwas wörtlich zitiert, wenn ihr etwas wörtlich übernehmen wollt, sondern auch wenn ihr einfach nur die Informationen von irgendwo entnommen habt, dann schreibt euch das auf. Dann habt ihr die Literaturreferenzen hinterher beisammen. Schlimmstenfalls habt ihr mal eine Literaturreferenz zu viel, wo man das vielleicht nicht bräuchte, aber das ist besser, als keine Literaturreferenzen an den Stellen zu haben, wo man sie braucht, denn dann kann man euch des Plagiats bezichtigen. Das wollen wir ja nicht haben, das wollen wir ja vermeiden. Das ist für alle Beteiligten eine ganz ärgerliche Angelegenheit. Wie ihr das macht, ist völlig euch überlassen. Es gibt Software dafür, die einen gut unterstützt bei der Literaturverwaltung, Software wie Citavi oder Zotero, das ist so Software, die kostet in der Regel auch sogar nichts, die kann man sich installieren und die hilft einem bei der Literaturverwaltung in vielerlei Hinsicht. Da kann man auch mal Paper drin markieren und die Markierung hinterher exportieren und so was. Also ganz viele interessante Features da drin, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Vor allem kann man damit auch Literaturlisten hinterher automatisch generieren lassen oder so was. Das ist eine super Sache, so was zu verwenden, so eine Software. Muss man sich aber ein bisschen einarbeiten. Einfache Literaturverwaltung gibt es auch in Textverarbeitung. Word hat so was, LibreOffice oder LibreWrite in diesem Falle hat so was auch. Im Tech-Bereich schreibt man Literaturreferenzen in der Regel in Bib-Tech-Dateien und für diese Bib-Tech-Dateien gibt es entsprechende Software, mit der man diese Dateien verarbeiten kann. Da muss man das nicht alles händisch da einführen. Das ist nämlich ein bisschen kryptisch, diese Syntax von Bib-Tech-Dateien. Ihr könnt aber auch einfach eine Textdatei nutzen oder ihr macht euch, wenn ihr zum Beispiel Word oder sowas verwendet, einfach selber einen Kommentar da dran, wo ihr die Literatur dran schreibt. Nur macht es. Lasst es nicht sein. Es ist unglaublich wichtig. Das ist also der große Bereich, wo man wirklich große Fehler machen kann, dass man keine Literaturreferenzen irgendwo dran schreibt und ich lese das dann und denke, wo haben die das denn her. Und das ist immer schlimm. Also bestenfalls ist es noch ein Abzug in der B-Note und je nachdem, wie viel das vorkommt, war es das dann auch. Also das muss man auf jeden Fall richtig machen. Macht euch während der Recherche, also während ihr so einen Text lest, Notizen zu dem Text. Also ich habe das zum Beispiel oft gemacht, wenn ich die ausgedruckt habe tatsächlich, dass ich dann da so ein Post-it draufgeklebt habe. Ihr könnt aber auch jede Art der digitalen Unterstützung nutzen. Könnt ihr benutzen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr das habt, sonst habt ihr hinterher ganz viele Quellen, wisst gar nicht mehr, was drin stand. Tipp dafür, um zu gucken, was drin steht, weil man hat ja oft am Anfang viele Quellen und man weiß gar nicht, ist die eigentlich hilfreich, ist die eigentlich gut. Das Wichtigste aus Quellen findet man immer im Abstract, in der Einleitung und im Fazit. Und das würde ich in der Reihenfolge auch lesen. Wenn das Abstract euch schon klar macht, das ist eine Quelle, die ist gar nicht für euch relevant, dann könnt ihr sie ja gleich aussortieren. Dann guckt ihr in der Einleitung, denn in der Einleitung steht drin, worum es gehen soll und was da gemacht werden soll. Und dann lest er hinterher das Fazit oder wie immer der letzte Bereich genannt ist in dem Paper oder was immer es für ein Text ist, denn da steht in der Regel das Ergebnis nochmal drin. Gerade wissenschaftliche Paper kann man immer so lesen. Und so werden wissenschaftliche Paper auch gelesen. Also wenn ihr irgendwo, was weiß ich, was einreicht, dann wird auch erstmal das Abstract gelesen, dann die Einleitung und im Zweifelsfall dann das Fazit und dann guckt man erst in die Mitte. Wichtig ist immer, dass ihr skeptisch seid bei jeder Art von Quellen, auch bei wissenschaftlichen Quellen. Quellen sagen nicht die Wahrheit. Es gibt gar nicht die Wahrheit. Ausnahme ist vielleicht die Mathematik, denn die Mathematik hat den ganz großen Vorteil, dass sie sich ihre Welt komplett selbst definiert hat. Das haben wir aber in der Regel nicht. Das heißt, eine Aussage ist immer nur, wie ich das eben schon mal über die Physik gesagt habe, noch nicht falsch. Das ist also nicht Wahrheit. Das heißt, stellt das, was ihr lest, in Frage. Stellt die Behauptungen in Frage, stellt die Ergebnisse in Frage, die Methodik, das Weltbild der Leute. Deswegen ist es oft interessant mit dem Weltbild mal sich zu fragen, was sind das für Leute, die das geschrieben haben. Sind das Informatiker, sind das Kommunikationswissenschaftler, sind das Wirtschaftswissenschaftler, was sind das für Leute? Die haben nämlich ein ganz anderes Weltbild und eine ganz andere Herangehensweise und dann wirken die Dinge auch oft für sie ganz anders. Und das zu reflektieren, ist immer eine gute Sache. Genauso wenig, wie es die Wahrheit gibt, gibt es übrigens oft die Definition. Gibt es Ausnahmen, es gibt manchmal Sachen, die sind wirklich ganz klar definiert, aber oft kann man das gar nicht so sagen. Oft gibt es viele verschiedene konfligierende Definitionen. Es macht oft keinen Sinn, die definitive Definition, was so ein bisschen doppelt gemoppelt ist, zu finden, sondern, dass man einfach sagt, ich charakterisiere das nur oder ich sage, für meine Arbeit verwende ich diese Definition, diese Arbeitsdefinition. Das ist in der Regel hilfreicher, als irgendwo einfach anzugeben, das ist so definiert und da kann jeder dann sagen, Moment mal, also ich kenne eine andere Definition, ich definiere das anders. Also seid ein bisschen vorsichtig mit der Definition. Zusammenhängend mit diesem Kritisieren, also nicht einfach glauben, nur weil jemand das geschrieben hat, dass das dann so ist, ist der Auftrag an euch auch so zu recherchieren. Das heißt, recherchiert nicht nur so, dass das unterstützt wird, was ihr schon meint, sondern recherchiert so, dass es bereit ist, dass auch das Gegenteil herauskommen kann und macht das dann in eurer Arbeit auch klar, wie ihr das getan habt, wie ihr zu dieser Auswahl gekommen seid. Das ist also quasi eigentlich schon eine ganz hohe Kunst der wissenschaftlichen Arbeit. Viele wissenschaftliche Texte sind auch schlecht in diesem Bereich, aber wir wollen uns ja nicht am schlechten orientieren, wir wollen uns ja am guten orientieren. Das heißt, dieses Selbstkritische, dieses Breitgucken, dieses Vermeiden eines Confirmation Bias, so nennt man das, also wenn ich nur noch nach dem suche, was das nochmal bestätigt, was ich sowieso schon meine, das ist auf jeden Fall guter wissenschaftlicher Stil, das ist die eigentliche wissenschaftliche Arbeit. So, jetzt komme ich zu einem Bereich im Zusammenhang mit Recherche und Information, der ist ganz neu, da wäre ich letztes Jahr noch gar nicht drauf gekommen, weil es das so noch nicht gegeben hat oder keiner was davon wusste, nämlich ChatGPT und ähnliche Systeme. Was ist mit ChatGPT und ähnlichen Systemen? Kann, ich sage mal jetzt immer nur ChatGPT, ist ein bisschen kompliziert, das immer so aufzudrücken, denkt dran, es steht stellvertretend, wenn jetzt der Nächste mit einem ähnlichen System um die Ecke kommt, dann meine ich das natürlich genauso und es geht mir nicht darum, es geht mir auch nicht bei YouTube darum, ob das Video bei YouTube ist, sondern das soll jetzt stellvertretend stehen. Kann das, was bei ChatGPT herauskommt, also was bei ChatGPT ich herausfinden kann, kann das eine Quelle sein? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend nein und so auch sehr kategorisch, denn das kann die Eigenschaften, die ich brauche für eine Quelle, um eine Quelle zu sein, nicht erfüllen per Definition. So ein ChatGPT ist kein Experte in irgendetwas, ChatGPT weiß gar nichts. Sie können euch ja mal darüber informieren, wie ChatGPT eigentlich funktioniert und ich sage mal jetzt ganz kurz zusammengefasst ist es ja, dass also die Basis von ChatGPT ist Textergänzung, dass einfach immer geguckt wird, wenn ich einen bestimmten Text schon habe, welches Wort kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt als nächstes und so baue ich dann ganze Antworten auf. Da kommen verblüffende Dinge daraus, auch oft sehr wahre Dinge, aber auch nicht nur, da sehen wir auch gleich Beispiele dafür natürlich. Das Problem ist, dass was rauskommt, ist nicht überprüft und auch nicht überprüfbar, denn ich kann ja nicht wissen, wie ChatGPT darauf kommt. Und ich kann an der Art, wie es geschrieben ist, eine nicht korrekte Aussage von einer korrekten Aussage gar nicht unterscheiden. Das ist so ineinander gemischt, das merke ich nicht. Das heißt, diese Aussagen sind nicht begründet im wissenschaftlichen Sinne und Adi auch sonst gar nicht begründet. Das heißt, das kann keine Quelle sein. ChatGPT ist keine Quelle. Das heißt natürlich nicht, dass ihr ChatGPT für eure Arbeit gar nicht verwenden könnt. Ihr könnt es nur nicht als Quelle verwenden, aber ihr könnt euch natürlich durch die Ergebnisse irgendwo inspirieren lassen. Also ihr könntet da was erfragen und könntet dann die Anfragen verfeinern, also nochmal nachfragen, das ist ja Dialogsystem, ihr könnt nach Ideen fragen und sowas. Die sollte man dann hinterher wieder angeben, aber dazu sage ich an anderer Stelle gleich was, ganz am Ende des Ganzen. Ich habe hier erstmal so eine ChatGPT-Galerie gemacht, um euch ein bisschen zu zeigen, wo auch die Probleme sein können. Ihr habt wahrscheinlich alle schon von Merkwürdigkeiten gehört, also wo ChatGPT wohl behauptet hat, der Elefant sei das größte eierlegende Säugetier oder so. Da muss man immer auch gucken, wie ist eigentlich der ganze Diskussionsverlauf gewesen. Man kann dieses System nämlich dazu bringen, Dinge zu sagen, weil immer der komplette Chatverlauf-Kontext ist für das, was als nächstes gesagt wird. Ich habe hier mal ein paar Sachen gemacht, da habe ich einfach nur eine Frage gestellt. Da kam also nichts vorher, das war immer der Start der Konversation gewesen. Und zwei Beispiele, da sieht man also, was da manchmal für Quatsch bei rauskommt. Das Bild, was ihr hier seht, das habe ich selber gemacht, das ist das Rathaus der Stadt Räder-Wiedenbrück. Das ist meine Heimatstadt. Und wie ihr seht, also ein Wunder des Brutalismus, wie man diesen Baustil nennt, also man sieht Betonflächen, also typische 70er Jahre Betonarchitektur. Kennen wir an der Uni Paderborn ja auch ganz gut. So, jetzt habe ich dazu einfach mal gefragt, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, dass mir ChatGPT mal erzählen soll, wie die Architektur dieses Gebäudes ist. Und was dabei rauskommt, ist Hadebüchener Unfug. Also gucken wir mal im Englischen. The building was constructed in the 16th century and has served the town hall since that time. Aha, das Gebäude, was wir da sehen, ist also aus dem 16. Jahrhundert. Dann steht jetzt hier weiter, Renaissance-Style Fassade. Okay, Clock Tower. Also, und dann gucken wir unten beim Deutschen, da ist es interessanterweise nicht aus der Renaissance, sondern neugotischer Stil und ist 1879 bis 1899 erbaut worden. Auch nicht richtig. Also, was hier rausgekommen ist, ist absoluter Unfug. Und das kann leider bei ChatGPT passieren und man kann es nicht wissen. Es werden auch korrekte, absolut korrekte Dinge rausgegeben und manchmal auch absoluter Unfug. Tipp dazu übrigens, habe ich selber so festgestellt, fragt mal mehrfach. Also, wenn ihr die gleiche Frage mehrfach stellt, bei den Sachen, wo es Unfug ist, wird häufig immer was ganz anderes erzählt. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber vielleicht ist es als Tipp doch ganz gut. Manchmal ist es nicht so einfach. Das möchte ich euch hier mal zeigen. Hier ging es um Anfragen zur Computergeschichte, speziell zu einer etwas obskuren Sache in der Computergeschichte, nämlich in der Erfindung der Computermaus. Ich erzähle ganz kurz den Zusammenhang. Computermaus wurde in Amerika erfunden von Douglas Engelbart, Ende der 60er Jahre. Und parallel gab es eine deutsche Entwicklung, die sogenannte Rollkugelsteuerung. Und die seht ihr da. Das war ziemlich gleichzeitig. Und das weiß man aber auch noch nicht so lange. Denn diese Rollkugelsteuerung ist irgendwann völlig in Vergessenheit. Keine Ahnung. Ich habe dann mal da so ein bisschen nachgefragt. Und da habe dann, guckt mal oben links, da steht mir, erzählt mir etwas über die deutsche Erfindung der Computermaus. Und da sagt er, die Erfindung der Computermaus geht auf den deutschen Ingenieur Douglas Engelbart zurück. Douglas Engelbart war tatsächlich derjenige, die die Computermaus erfunden hat mit seinem Team. Aber dass der deutsch war, ich glaube, das weiß der gar nicht. Andere Diskussion unten. Wo wurde die Computermaus erfunden? Die Computermaus wurde von Douglas Engelbart richtig soweit. Es gab auch eine deutsche Maus. Dann sagt er in der Tat, es gab auch eine deutsche Maus. Und die wurde von der Firma Schleicher und Stüll in der Stadt Kehl am Rhein entwickelt, 1984. Hanebüchener Blödsinn. Schleicher und Stüll macht, soweit ich weiß, Stifte, Malstifte oder sowas. Oder auch so Malutensilien generell, also für Künstler. Eine Computermaus haben die garantiert nicht entwickelt. Dann habe ich ja nochmal nachgefragt und auf einmal wechselt er ins Englische und entschuldigt sich dafür. Das ist schon ein bisschen älter. Das passiert so nicht mehr. Also da wird an ChatGPT auch weitergearbeitet. Also das würde so nicht mehr passieren. Das Open schon, das habe ich erst diese Tage gehabt, dass das so mir herausgegeben wurde. Und dann habe ich noch ein Beispiel. Und das ist auch wieder so typisch gemischt. I heard there was a parallel development of the computer mouse in Germany. Da war schon eine Diskussion vorher. Also Dialog vorher. Und jetzt erzählt er mir, dass es das tatsächlich gab und dass das bei Telefunken war. Das ist alles richtig. Alles korrekt. Und dann kommt unten Another early mouse-like device developed in Germany was the Graphic Tablet or Graphic Tablet which was invented by German Engineer Eberhard Beckmann in the early 1950s. Table was used as stylus to draw on a tablet and the movements of the stylus were translated into cursor movements on a computer screen. Cursor movements of a computer screen 1950 oder in den 50ern. Ich glaube nicht. Und ich habe den Eberhard Beckmann gefunden. Den gibt es. Aber der hat kein Grafiktablett erfunden. Das heißt, ihr merkt hineingemischt in tatsächlich korrekte Aussagen falsche Aussagen. Teilweise so ein bisschen falsche Aussagen mit einem falschen Detail wie das Douglas Engelbart auf einmal Deutsch ist. Nur weil ich in der Frage nach Deutsch gesprochen gefragt habe. Also ihr könnt euch auf diese Aussagen auf jeden Fall nicht verlassen. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel was ein bisschen die Funktionsweise von ChatGPT schön zeigt und gleichzeitig damit klar macht warum man das nicht als Quelle verwenden kann. Nämlich dieses Assoziative von ChatGPT. Ich habe hier mit ein paar Kollegen schon so ein bisschen gescherzt, dass sich ChatGPT oft so verhält wie ein sehr eloquenter aber nicht gut vorbereiteter Student in einer mündlichen Prüfung. Also jetzt ein bisschen böse. Aber was macht man da? Das würde ich auch so machen, wenn ich irgendwie eine Frage kriege und ich weiß das nicht so richtig aber ich kann mir irgendwie so aus dem Zusammenhang zusammenreimen was das wohl sein könnte. Naja, vielleicht bin ich dann nicht geneigt zu sagen das weiß ich nicht sondern ich probiere das erstmal. Ich gucke erstmal in diese Richtung. Und das ist genau hier passiert. Ich hatte eine längere Diskussion, einen längeren Dialog geführt. Das ging immer um Eigenschaften digitaler Medien. Das ist Teil meines Forschungsinhaltes. Das brauchte ich und dann habe ich gedacht was kriege ich denn da? Interessierte mich. Und habe dann eine Frage gestellt die in eine andere Richtung ging weil ich dann zwei Ideen miteinander verbinden wollte. Genau wie ich das vorher mal erzählt habe. Zwei Sachen miteinander verbinden. Und ja, was habe ich gemacht? Also die Diskussion die ist vorher geführt worden und dann habe ich jetzt gefragt kennst du den Ansatz fundamentalen Ideen von Andreas Schwill und dann sagt er mir Andreas Schwill hat tatsächlich den Ansatz der fundamentalen Ideen entwickelt. Dieser Ansatz beschäftigte mich mit der Frage welche grundlegenden Ideenkonzepte das Verständnis der Medien und der Medientechnologie notwendig sind. Schwill argumentiert dass es eine begrenzten Anzahl fundamentalen Ideen gibt. Blö, blö, blö. Schwachsinn. Andreas Schwill hat fundamentale Ideen aufgestellt aber diese fundamentalen Ideen waren fundamentale Ideen der Informatik und die hat er gemacht um eine Grundlage für schulischen Informatikunterricht also die Dinge die sich nicht ständig ändern aufzustellen. das heißt es hat mit Medien so gar nichts zu tun und was hier steht ist einfach zusammenassoziiert. Das klingt unglaublich plausibel denn ich habe gerade noch über digitale Medien gesprochen was unten steht passt zu der Idee fundamentale Idee irgendwie schon ich kann überhaupt nicht wissen dass das nicht stimmt. Und ich habe kürzlich das gleiche nochmal auf Englisch gemacht dass mir genau das gleiche wieder passiert. Das heißt da kommt diese Assoziativität hinein ich kann also ChatGPT quasi relativ schnell davon überzeugen dass bestimmte Dinge so sind. So also ich hoffe ich habe euch klar gemacht ihr könnt ChatGPT nicht als Quelle für Aussagen verwenden. Das funktioniert nicht aber man kann ChatGPT natürlich für Dinge verwenden man kann sich gut inspirieren lassen guckt euch mal dieses Beispiel an Do you have ideas for seminar topics regarding the history of programming language habe ich mich vertippt das hat nichts gemacht hat er einfach ignoriert und ja die Beispiele da was da steht so kann man doch ein Seminar machen schöne Beispiele schöne Themen super könnte ich genau so machen wenn ich das jetzt gemacht habe und ich habe irgendwo Ideen gefunden entwickelt von ChatGPT da sind die hergekommen was mache ich denn jetzt damit und da ist die Diskussion gerade ganz neu und das kann sich auch alles ändern also da sind noch keine Geflogenheiten da die könnten sich alle ändern ich bin mal sehr gespannt was aus dem ganzen wird aber momentan ist der Stand so wie ich ihn hier aufgeschrieben habe wenn ich das einfach jetzt verwenden würde das wäre kein Plagiat warum nicht das was ChatGPT hier rausgibt ist keine geistige Leistung von irgendjemandem also kann es auch kein Plagiat sein aber die Diskussion geht in die Richtung dass wenn ich sowas verwende ich trotzdem eine Täuschung begehe weil ich ein Hilfsmittel verwende was ich nicht angebe bei einer Bachelor und Masterarbeit schreibt man immer versichert man immer dass man nur erlaubte Hilfsmittel verwendet hat oder beziehungsweise dass man jedes Hilfsmittel was man verwendet hat auch angibt jetzt ist es vorher schon so gewesen dass ich eigentlich häufig Hilfsmittel nicht angegeben habe also wenn ich irgendwie die Idee aus Wikipedia bekommen habe wenn ich mit einem Kumpel gesprochen habe und der hat mir das gesagt dann habe ich da eigentlich auch nicht gesagt die Idee ist von meinem Kumpel oder Wikipedia hat mir die Idee gegeben jetzt wird die Forderung gestellt dass man wenn man sowas wie ChatGPT verwendet und einem das Tipps gibt dass man das verwenden sollte bin mal gespannt was daraus wird aus dieser ganzen Nummer ich würde aber einfach sagen dann nehmen wir das doch einfach als positive Aufforderung auf erweitern das aber ein bisschen also auf Inspiration allgemein nicht nur von ChatGPT und sagen wir fügen einfach ein Acknowledgement ein also immer wenn das der Fall ist wenn irgendwo die Idee von woanders kam dann geben wir das einfach mit an das heißt wir haben eine Fußnote und da steht drin da habe ich mit einer Freundin oder einem Freund gesprochen der hat mich auf die Idee gebracht ChatGPT hat mir hier Sachen rausgegeben ich habe übrigens hier was übersetzen lassen von DeepL oder was ähnlichem automatisch habe ich das Hilfsmittel angegeben ich habe jemanden gefragt der mir das übersetzt hat denn ich kann gar nicht gut Russisch kann gar kein Russisch und dafür habe ich jemanden gebeten der hat mir das übersetzt oder es hat einen Medienbeitrag gegeben und der hat mich hier auf die Idee gebracht das kann man gut unterbringen einfach in so einer Fußnote schadet doch nicht schadet ja keinem heißt übrigens nicht dass wenn wir jetzt im Seminar uns Seminarsitzungen haben und ich gebe euch Rückmeldungen mit Tipps zu dem wie ihr da weiter fortschreiten könnt dass ihr mich jetzt ständig als Tippgeber überall verwenden solltet das ist normal in diesem Prozess ihr braucht auch in einem Bachelor und Master Prozess nicht die eigentliche Betreuung als Tipp aufschreiben zumindest hielt ich das für sehr komisch so das soll es gewesen sein für dieses erste Video zum Thema Quellen und Quellenrecherche und was da geht und was da so alles nicht geht um Quellen werden wir uns natürlich öfter nochmal kümmern müssen zum Beispiel in der Frage wie geben wir die Quellen eigentlich an und wann machen wir das und wo und warum aber darum geht es in den nächsten Videos und das nächste Video geht um die Präsentation das heißt wie präsentiere ich eigentlich das was ich in meiner Arbeit so alles herausgefunden habe und das ist